Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich weiß, das letzte Video ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber dafür gibt es heute gleich eine ganz neue Videoserie. Wovon genau ich dabei spreche, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Schon seit einigen Jahren findet man auf YouTube verschiedene Serien, die sich mit dem Bau von Lego Mox beschäftigen. Meist zeigt ein Creator dort wöchentlich seinen Baufortschritt und die Community kann dabei aktiv Ideen beisteuern. Und die Tatsache, dass die Community von Anfang an das Projekt mitsteuern und nicht erst im Nachhinein Feedback geben kann, finde ich extrem interessant und deswegen möchte ich so ein ähnliches Prinzip auch für meine Animationen einführen. Ich habe die Serie jetzt erstmal Let's Animate genannt, aber das ist natürlich nur ein Arbeitstitel und ich bin gerne offen für kreativere Vorschläge. Diese Videoserie wird wohl nicht so ausführlich werden wie die eben angesprochenen Mox-Videos. Es wird also nicht darauf hinauslaufen, dass zwangsläufig jede Woche ein neuer Teil kommt. Ich werde immer dann eine neue Episode bringen, wenn ich auch wirklich etwas Neues zu zeigen habe. In diesem ersten Teil werde ich euch erstmal grob vorstellen, worum es sich bei der Animation überhaupt handeln soll. In weiteren Episoden kann ich euch dann meinen Fortschritt in Sachen wie Setbau oder Nachbearbeitung zeigen. Und ihr könnt mich von Anfang an auf Fehler hinweisen oder Vorschläge machen, damit ich diese noch in das Projekt einarbeiten kann. Meine nächste Animation wird mal wieder im Zweiten Weltkrieg spielen, genauer gesagt in Frankreich im Jahre 1940. Es werden sich also Deutsche und Franzosen gegenüberstehen. Meine deutschen Soldaten werden dieses Mal das erste Mal von TMC-Figuren verkörpert. Bei deren Waffen bin ich mir aktuell noch nicht sicher, ob ich meine selbst bemalten Karabiner nehmen soll oder die neuen bedruckten Waffen von Valiant Bricks. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu. Ich sehe aber in diesen bedruckten Waffen sehr viel Potential für Animationen. Auf deutscher Seite kommt natürlich wieder der Panzer III und der Panzer II zum Einsatz. Leider verfüge ich zumindest zum aktuellen Zeitpunkt weder über einen Panzer I noch über einen grauen Panzer IV, die ich ebenfalls gut hätte einsetzen können. Außerdem sollen nun auch vermehrt Sonderkraftfahrzeuge zum Einsatz kommen. Ich selbst besitze ja bereits eines von Custom Rigs und vielleicht folgen ja noch ein paar weitere. Die Pack 38 und nun zum ersten Mal auch das leichte Infanteriegeschütz 18 vom Brick Factory Berlin werden ebenfalls vorkommen. Außerdem werde ich noch die schwere Feldhorbizze 18 von E&S Brickstuff besorgen, die meiner Meinung nach perfekt in diese Animation passen würde. Dazu wird es dann in einigen Wochen auch noch ein eigenes Review geben. Flugzeuge könnten ebenfalls vorkommen, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht versprechen. Auf französischer Seite sind die Mittel momentan allerdings noch ziemlich begrenzt. Fangen wir erstmal mit den Figuren an. Ich selbst besitze französische Soldaten, die entweder mit Deckels oder mit dem Brickmania Stickern versehen sind. Das finde ich jetzt eigentlich nicht ganz so schön und daher versuche ich noch ein paar bedruckte Figuren zu bekommen. United Bricks scheint dafür eigentlich momentan die beste Wahl zu sein. Aber was haltet ihr eigentlich von deren Franzosen? Fahrzeugtechnisch sieht es momentan auf der französischen Seite auch noch etwas schlecht aus. Der Char B-1 wird natürlich als Hauptgegner auf das Schlachtfeld rollen. Er wird übrigens nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich gleich dreimal oder sogar noch öfter vertreten sein. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass der leichte französische Panzer H-35 von Hotchkiss vorkommen wird. Das digitale Modell habe ich bereits und ich hoffe, dass ich ihn auch in echt gut umsetzen kann. Der Renault H-35 könnte ebenfalls vorkommen. Das ist allerdings absolut noch nicht gesichert. Über französische Artillerie habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. Vorschläge werden aber natürlich gerne berücksichtigt. Das Blitzkrieg Instruction Book, auf welches ich seit Monaten hoffe, könnte vielleicht auch noch ein paar neue Fahrzeuge bringen. Aber auch das wird natürlich erst die Zukunft zeigen. Diese Animation dürfte den Fokus also etwas stärker auf Panzergefechte richten. Infanterie wird natürlich auch vorkommen, aber ich habe schon richtig Lust den Char B-1 endlich mal zum Leben zu erwecken. Ich habe übrigens in mehreren Quellen gelesen, dass dieser hinten links eine Sprachstelle zu haben scheint. Andere Quellen stempeln dies allerdings als Mythos ab. Falls darüber jemand mehr weiß, kann er mich das auch gerne wissen lassen. Diese Animation ist in ihrer Vorbereitung deutlich komplexer als alles zuvor. Ich werde sehr viele Bricklink-Bestellungen tätigen müssen, um die benötigten Teile für die Panzer und auch für das Z zu besorgen. Zu diesem wird es übrigens auch ein paar Videos geben. Deswegen werde ich, während ich mich noch in der Vorbereitung befinde, an anderen Projekten weiter animieren. Es kann also durchaus sein, dass kleinere Animationen noch dazwischen geschoben werden. Falls ihr jetzt schon Vorschläge habt oder euch bereits Fehler meinerseits auffallen, gebt mir einfach Bescheid. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Feedback zu dem neuen Format da lassen, auch wenn ja in dieser Folge noch nicht viel passiert ist. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!